Einen wunderschönen guten Tag, Herr Kautos zu einer neuen Folge, Overwatch. Und entweder ich spiele noch einen DD, oder ich spiele einen zweiten Heiler. Spiele ich Lucio? Ja, schreibt doch einer Lucio, please. Dann spiele ich doch Lucio. Alles gut. Alles gut. Bin ich jetzt eigentlich ein Rucio? Ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal. Eigentlich bin ich immer ein Rucio. Ähm, ich muss gerade einmal ganz kurz meinen Frust los werden. Es gab mal wieder ein Windows-Update. Die fühle ich tatsächlich im Normalfall durch. Und ich hatte auch bis zum letzten... Und ich habe auch tatsächlich bis zum letzten... Winstern und Deva mit Lucio. Wollen wir einfach ins Punkt gehen? Faramein? So. Ähm, ich weiß, ich habe tatsächlich keine Ahnung... Ähm, bis zum letzten Windows-Update hatte ich nie Probleme. Also es lief mir echt richtig, richtig, richtig gut. Beim letzten Mal zwischen anderem alles verstellt gehabt. Und ähm... Ja. Da war es aber so, okay... Da habe ich sogar mit der Aufnahme verkackt. Ähm... Da gingen halt einige schief. Bei dem... Update. So. Da habe ich es auch... Da habe ich es noch nicht mal bemerkt, dass das Update... Also das... Dass manches kaputt war. Und habe dann ein paar Aufnahmen wegschmeißen müssen. So kann ich die Turret und sowas... Dieses Mal... Habe ich es vorher gemerkt, weil ich wusste ja... Okay, guckst lieber nach... Ähm... Nicht, dass wieder tatsächlich sowas ist in die Richtung... Guckst du vorher... Hm... Jetzt habe ich echtes Problem... Dass ich... Mit DxTory nicht mehr aufnehmen kann auf einmal... Weil er einfach... Das Overwatch nicht mehr erkennt. Aua. Das hat er mich aber gut getroffen. Na, ich soll zu drüben. Okay. Und ähm... OBS hat er mir einfach komplett... Jegliche Soundoption... Einstellungen zurückgesetzt. Aber komplett. Also nicht nur so irgendwie... Ja, ich stelle dir jetzt das Mikrofon einmal um... Weil ähm... Weil ist halt so... Sondern... Ich mache einfach alles jetzt. Der Torbjörn ist Adram. Na ja, guck mal hier... Wir lassen uns einfach auf dem Spot. Der Torbjörn wollte hier drauf, aber... Ich treffe die... Nein, du gehst ja wieder runter. Nein! Oho, der hatte nicht mal mehr viel Leben... Der Reaper. Oh ja, das ist nett. Danke. Mein Heal läuft. Mein Heal läuft. Mein Heal läuft. Ich glaube, dass ich auch weiter kann. Äh... Was habe ich da jetzt zurückgeworfen? So... Können wir jetzt endlich... Danke. Affe, 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 Affe... Was hier... Das hat ja schon mal einer geschrieben. Ich müsste mehr an den Wänden sliden. Ja, dem stimme ich durchaus zu. Da ist ein Reaper auf der hohen Seite. Warte. Der Reaper ist unten. Lass uns auf den Punkt gehen. Ja... Ja, es sind viele von ihnen tot, Sir. So viel zu... Geh auf den Punkt. So, ich war jetzt ein bisschen abgelenkt. Ich... Bin gerade einfach... Mega... Gefrustet... Noch von dieser ganzen... Von diesem ganzen Scheiß-Update. Also das hat mir gerade echt so richtig die Laune verdorben. Eigentlich hätte ich nicht... Mastien, High Right on the Balcony. Unbedingt aufnehmen sollen. Ähm... Aber... Oh... Ich will hier nicht alleine hin. Du musst der Affe hin. Mein Ulti ist noch nicht bereit. Meine ultimative Failkeit ist bereit. Oha... Das war nur der Fall von oben. Let's wait for the tank, guys. Let's wait for the tank. Let's wait for the tank. Here we go in. Bastian's on the right. Ja, ich weiß, dass best schon rechts ist. Waaah... Bastian's back right, so if you go... Oh, he's up right now. Kiva, if you just shield one of the DPS, they can kill the Bastion. Wunder mit dir vom Spot. Wo kommt der? Scheiß Drach. Okay, ich war sogar... Nein, wie wenig noch fehlt. Das wollte mich verarschen. Leute, wo kommt's? Das gibt's nicht, ey. Oh, der ist... Das ist nice. Nein! Ich hatte gerade meinen Ulti. Ich hatte gerade meinen Ulti. Ich hatte gerade meinen Ulti. Und der war mit hier? Warum... Okay. Wir sollten uns das nochmal sammeln. Ah, Codefire ist noch ein... Ich hatte sie. Zarya, meldet mich zu mir. Go. Was? Codefire ist nicht... Hä? Ich... Was? Ach der, der Affe. Nein! Ich dachte, ihr habt noch nicht wieder genug Leben. Scheibenkleister. Okay, komm. Wir könnten halt... Ich hab hier so'n... Hm. Ich hab hier gerade eine kleine Fruchtpflege, mit der ich zu kämpfen habe. Es ist... Es ist... Es ist nur eine andere Person. Es hat Mikes, wie... No one's calling out positions of anything. No one's saying when the ropes are ready. It feels like... It feels like a game of silvers. Nein, 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 nein. Okay, komm. Nein, 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 nein. Geh weg, Lucio. Oh, komm. Jetzt wird's massiv. Ich hab keine Ahnung, ob ich damit alle erwischt habe. Aber... Komm schon, der geht nicht drauf! Oh! Oh! Wow! Das... Dass der... Torbjörn gerade nicht auf den Punkt gegangen ist, war mal ein absolutes Glück. Uh! Das... Hätte durchaus noch anders ausgehen können. Aber schön, schön. Die Runde haben wir. Mal gucken, ob der... Ob die Leute bei ihren Helden bleiben. Oder ob da irgendwer wechselt. Jo, jo, jo. Geht sie auch wieder auf Mercy? Ich kann sie halt gar nicht spielen. Aber... Sie wär... Sie wär halt gut für... Ne, aber ich kann sie nicht spielen. Wenn ich sie spielen könnte, würde ich sie spielen. Alleine für den Teleporter. Ich glaub, also das wär halt für die erste Phase extrem stark, meiner Meinung nach. Ähm... Aber... Ja... Das können wir halt dann... Also, dadurch, dass ich sie halt nicht spielen kann, lohnt es es nicht meiner Meinung nach. Warum hab ich... Warum hab ich... Oh ne, ich dachte... Gut. Ich hab... Nur bei Schaden gegen Helden hab ich keine Medaille. Ich dachte gerade, warum zur Hölle bin ich bei Schaden gegen Helden auf Silber? Aber ich hatte gerade einfach nur falsch geguckt. Ich bin da nicht wirklich gut drin, leider. Ich konnte es mal besser. Ich konnte das mal besser. Hallo. Ja. Könnt ihr mal jemanden Arzt rufen? Grüße. Arriere aktiviert. Cool, danke. Es geht. Es geht. Die Handbewegung dazu ist auch cool. Hi Leute. 4 3 2 1 Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Ich seh zwar nix, aber ich schieß mal nach da drüben. 4 Laute, laute! Das geht s'n! Das passend ist keiner überspringt! Ja, komm, die jetzt durch! Haha, er wollte gerade irgendwas machen. Ich merke schon, die Barriere ist zerstört. Die Mech noch ein bisschen nach hinten gestorben. Sehr schön. So, für den nächsten Angriff habe ich einen Ulti. Was habt ihr da gefunden? Ich werde noch nicht reinschießen. Leute, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nein, ich habe es nicht um die Ecke geschafft. Mann. Leute, ihr müsst da mit drauf. Auf geht's. Na, ich weiß nicht, ob es eine Ecke sollte man zurückfallen lassen. Okay, zurück, 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 zurück. Ärgerlich. Nicht ärgerlich. Nein, aber... Es ist wirklich schwer. Natürlich ist es so, dass ihr eure Ulti nicht konzonen könnt, weil der Tank nicht in der Voraussetzung ist. Er ist nicht in Saiyan, wenn seine Ulti sind. hier wollte ich gar nicht drücken war nein warum ist denn dann zu hinter uns das war so dumm von mir warum renne ich denn da rein das war aber auch alles gut bis jetzt ich finde es ja cool prinzip hat er ja recht es wäre natürlich schon schön wenn die leute im boy sind ich meine ich rede im overwatch auch nicht mit dem maids also zumindest auf der stufe würde es auch nicht anfangen ja falsche taste der falsche aura leute ich bin die sind halt einfach auf dem punkt und dann ist die lassen mich einfach alleine was ist da kaputt ich meine ja okay sie haben nichts eingenommen und von daher will ich mich jetzt einfach mal nicht beschweren aber das war gerade schon so ein bisschen merkwürdig die diver läuft einfach durch die mitte und ich darf da alleine dann umstehen wir leben noch das e war eigentlich auch unnötig aber ich habe noch null es wird sowieso gleich wie die die wir einfach durch pushen hier hinten bringe ich jetzt halt gerade gar nichts ich habe jetzt wird massiv Komm schon DIVA, DIVA Ich muss hier vorne mal ein bisschen heilen, ok, schön, 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 bin doch schon wieder auf 51% ULT, so meiner, oder warum schießt du da hoch, das wären wahrscheinlich noch so zwei große Angriffe, das ist alles gut, was der hier einfach an Schaden zwischendurch macht, den kann ich dann nämlich schön hochheilen und kann meinen ULT aufladen, sterben sollte ich dabei nicht, Ich weiß gar nicht, ob die Mercy irgendwann schon mal ihr ULT benutzt, ach scheiße, Feedet mir eure Heilung Leute, was, ach nee, come on, du hast nicht gerade da vorne dein ULT einfach gezündet, um nichts Okay, ULT ist schon mal wieder ab, haha, Long Range, da vorne werde ich nicht hinlaufen, das tut mir leid, Okay So, jetzt wird gleich noch ein gesammelter Angriff kommen Komm schon, töte ihn, ich habe ihn noch, ich habe ihn zweimal gehetshottet Jetzt kommt hier Junkmail LOL, nein, hinter uns war der Soldier Come on Da musste ich mal ganz kurz hoch, haha Charge, bitte nicht alle nach vorne Die Widow, die Widow hat gerade, oh Komm schon, zehn Sekunden noch, ich habe immer noch ein ULT Kommt da noch was? Uuhuhu Schön Schön Das ist Balsam für meine strapazierten Nerven durch das Windows Update Okay dann Oh Schön 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 Na, gucken wir nochmal hier Uns das Play of the Game an Wer das wohl gemacht hat Das war, ach, was hatten wir denn, wir hatten irgendein vierfach Turbjörn? Hat das Wann das denn? Okay So, ja, ein Towerkill schonmal Er hat noch nicht ein Er hat Habe ich das verpasst? Äh, da Gehen wir es da hin Leute, das war eine Folge Overwatch, ähm, tut mir leid für den, ähm, naja, für den Anfang, aber ne, das musste ich gerade einfach loswerden, das hat mich einfach so extrem gefrustet Und, wenn es euch trotzdem Anfang gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Runde wieder Haut rein, ciao And, uh Ahl Und Vielen Dank.